So, Han Naljalloi So, Han Naljalloi Ich treffe die Reis in Starloga Willkommen bei Treffer Von Fancy 7 Remake Machen wir auch weiter 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 Machen Vielen Dank. Vielen Dank. Der Fall, da ist augenblicklich geräumt. Ihr verlobten Schweine! Dort, da ist der Valentsch! Halt nicht weiter! Oh! 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 Wollen Sektor 7 wirklich Opfer? Nicht mit mir! Tifa! Oh! 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 Was zum? Cloud, tiefer! Es hat keinen Zweck. Wir müssen hier durch. Volle Konzentration. Neuer WP. Was ist vorbei? Ja, ich kann. Was ist vorbei? Was ist vorbei? Das ist vorbei. 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 Okay. Okay. Das ist vorbei. Ja. 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 Oh, come on. Oh, come on. Verdammter Dreck. Hey, ist Wedge. Der wird versorgt. Keine Angst. Das ist ja gut. Sicher auf vier Pfoten gelandet. Nicht reden. Oben geben Sie alles. Bitte, Cloud. Hilf Ihnen. Werde ich. Danke. Jetzt fühle ich mich doch gleich besser. Eins noch. Der Helmchenhof. Das Waisenhaus. In Sektor 5. Geh doch. Mal hin und sieh nach. Nichts da. Was machst du selbst? Magst wohl. Keine Kinder. Genau. Wo du selbst noch. Eins. Bist. Du hast. Oh he. In das war. Für Glück, Cloud. Das Schicksal der Welt. Lastet auf dir. Ja... Ich komme, Zelleck. 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 Nichts können. Ja. Baiochlor. Baiochlor. Ja. Gebetter! Genau so! Volle Konzentration! Das wird ja nichts. Darf jetzt nicht schlapp machen. So wird das nichts. Das Spiel ist aus. Ah. Krass. 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 Das war's für heute. Ja, also doch. 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 Ja, also... Ja, also... Ja, ja, also... 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 Ich muss zum siebten Himmel. Da ist es! Seht mal! Oh nein! Das Ding schluckt ab! Valide! Ah, komm, 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 komm! Ah, komm, komm, komm! Das Feuer! Ich muss schnell einen anderen Weg finden! Fuck. Fuck. Verdammt! Wo sollen wir denn nur hin? Dort vorne kommt man wohl noch durch. Es muss doch irgendwo einen Weg geben. Es gibt einen Tunnel direkt zum Wallmarkt. Das ist sie! Ich bin weiter. Jetzt beeil dich! Hör auf zu schützen! Ja! 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 Hör auf zu schützen! Hier lang! Schnell! Da vorne! Ich bring dich hin! Klar, Sponsor, klar. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Ein Glück. Nicht! Das ist zufällig! Bitte, lasst mich durch! Jetzt ist alles vorbei! Gleich geschafft! Zurück! Mein Haus! Bist du lebensmüde? Wir haben noch einen verloren. Spart uns Zeit. Und bei euch? Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Ja. 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 Ich bin jetzt. Du bist Marlene, stimmt's? Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein, deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Das ist schlimm. Aber zu Hause ist, wo die Familie ist. Nicht? Gehen wir? Du duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Vergiss es nicht. Na komm. Ich bring dich zu meinem Haus. Da habe ich ganz viele Blumen geplant. Ja. 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 Ciao. Ciao.